Willkommen auf dem Kanal VfL Wolfsburg Fans. Hier haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte. Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie keine Details zur VfL Wolfsburg Reise. Noch hat das Transferfenster eine Woche geöffnet. Beim VfL Wolfsburg kann sich noch einiges tun sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite. Asta Franks wird schon seit längerer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Asta Franks soll es selbst zu einem größeren Klub ziehen. Zudem konnte sich das Mittelfeldtalent beim VfL Wolfsburg bislang noch nicht durchsetzen und saß über weite Strecken der Saison auf der Bank. Jetzt könnte Franks vor einem Wechsel in die Premier League stehen. Wie Transfer-Experte Nikodo Schirra auf X berichtet, soll es aktuell Gespräche zwischen Aston Villa und dem VfL Wolfsburg bezüglich eines Wechsels von Asta Franks geben. Der Belgier war im Sommer 2021 für 8 Millionen Euro vom KV Mecheln zum VfL gekommen. Ein Jahr später wurde er für eine Saison an den AC Mailand verliehen. In der vergangenen Saison gehörte der belgische Nationalspieler wieder dem Kader der Wölfe an, saß aber die meiste Zeit auf der Bank. Ihre Teilnahme ist für uns von entscheidender Bedeutung, um weiterhin unglaubliche Inhalte bereitzustellen. Bis zum nächsten Mal unterstützen wir gemeinsam den VfL Wolfsburg.